Hi alle zusammen, ich bin Mario, ich bin der Brazilian Shiu-Shitsu Head Coach vom CityTown. Heute zeige ich euch eine Technik aus unserem Curriculum. Wir werden den Partner in die Guard Team oben drüber schritten und finischen mit einem Armball. Gut, fangen wir gerne an. Vincent assistiert mir. Ich hole mir wieder einen Griff am Kragen und einen Griff am Ellenbogen. Soviel gehen nehmen, wie es geht und den Ball nach innen drücken. Jetzt bringe ich mein linkes Bein in die Hüfte und senke ihn zum Boden ab. Okay, ich bin wieder 90 Grad zum Partner. Ich habe Druck und Zug beim Kragen und beim Ellenbogen. Jetzt bringe ich mein zweites Bein in die Hüfte. Stretch den Partner ein bisschen aus. Ein bisschen mehr Bewegereaktion. Bring meinen Hintern ein bisschen runter rein. Ziehe meine Beine an. Jetzt zwiebe ich den Partner über den Ellenbogen, den ich kontrolliere. Ich folge dem Partner. Stütze mich auf. Behalt den Klipp am Ellenbogen. Rechtes Bein runter. Zweites Bein dazu. Knie zusammen. Fersen zum Boden. Und ich schnappe mir die Hand. Finish. Einmal noch. Y holen. Partner reinziehen. Zur Hüfte. Strecken dazu. Sweep. Folgen. Abstützen. Knie zusammen. Fersen zum Boden. Hüfte nach oben. Bis zum Finish. Schaut auf unsere Homepage www.citytong.at Und auf Facebook findet ihr uns unter auf Brasilien in Shiu-Jitsu. Sit it down. Bin. Bis zum nächsten Mal.